So Freunde, heute gibt es eine neue Folge vom Format Taschenleeren. Der Miro hat euch seinen Tascheninhalt schon gezeigt, ich sowieso. Und heute schauen wir uns mal den Tascheninhalt von Marcel an. Der hat auf Instagram den Kanal Real Man Carry. Schaut dort auf jeden Fall mal vorbei und lasst ein Follow da, wenn ihr Instagram benutzt. Liked dieses Video sowieso, abonnieren nicht vergessen. Und wenn ihr regelmäßig informiert werden wollt, dann aktiviert auch die Glocke. Ich bedanke mich an der Stelle für die vielen Einsendungen. Die werden jetzt Stück für Stück immer folgen, je nachdem wie Platz ist auf dem Kanal. Jetzt wünsche ich viel Spaß mit der Vorstellung von Marcel und bis gleich. Einen wunderschönen, sonnigen, guten Tag. Mein Name ist Marcel und ich wurde vom Julius von dem Kanal Olight Deutschland dazu eingeladen, heute an seinem neuen Format teilzunehmen, nämlich dem Format Taschenleeren. Und deswegen werde ich euch in den nächsten Minuten kurz durch meinen Tascheninhalt führen, was ich jeden Tag so bei mir trage. Reden wir nicht lange rum, starten wir sofort. In meiner rechten Gesäßtasche immer dabei ein iPhone 11. Wofür? Wofür man so ein Handy halt braucht. WhatsApp schreiben, kurze Fotos schießen, ein bisschen Instagram daddeln, so ein Kram. Nichts Wildes. iPhone 11. Ebenfalls in meiner rechten Gesäßtasche immer zu finden, ein Notizbuch. Heute in dem Fall ein Field Notes. Ich wechsle da zwischen verschiedenen Marken, bin da jetzt nicht so festgefahren, aber Field Notes ist vom Gefühl her einfach was Feines. Wofür ich das nutze? Notizen machen, Probezeichnungen, all so ein Kram, kleine Skizzen, was man mit dem Notizbuch halt macht. Meiner Erfahrung nach kann ich mir Sachen, die ich aufschreibe, mit der Hand deutlich besser merken, wie wenn ich es in eine Notiz-App schreibe oder sowas. Deswegen Notebook. In meiner linken Gesäßtasche ein eher klassischer Gegenstand, nämlich ein Taschentuch oder Henk, neumodische Sprache. Die stelle ich auch selber her und ja, die Taschentücher sind super praktisch für mich geworden. Wenn ich mit einem Messer einen Apfel schneide oder sowas, muss die Klinge eben sauber machen. Ich habe zwei kleine Jungs, beide zwei Jahre alt fast und die haben ständig die Hände dreckig und super praktisch ein Taschentuch dabei zu haben. Ja, als nächstes an meinem Gürtel ist meine Schlüsselsituation. Das ist so ein Key-Organizer mit so einem Haken, also kein klassischer Karabiner, sondern so ein Haken halt, der an den Gürtel gesteckt wird, ist mit einer Hand handelbar. Manchmal vertödelt man sich mit den Karabinern, deswegen bin ich auf Haken gewechselt. Das hier ein unspektakulärer Anhänger von mir mit einem ganz coolen Beat, auch von einem super coolen Typ, gefertigt von AS Custom Works, so heißt der gute Mann. Und auch das hier, made in Germany, ist ein Key-Organizer aus dem Hause Werktrieb, aus Messing. Ihr werdet sehen, mein ganzer Tascheninhalt ist relativ Messing angehaucht, sage ich einfach mal vorsichtig. Genau, das ist der Schlüssel. Hat man nicht so viel in den Taschen rumfliegen, deswegen hängt der am Gürtel organisiert, kein lautes Geklimper. Hat sich für mich auf jeden Fall bewiesen, die Situation. Dann habe ich als nächstes mein aktuelles Lieblingsmesser. Das ist das CRKT Squid, auch mit einer Messingschale, kleines Lanyard dran, damit man es besser greifen kann, wenn es in der Hosentasche ist. Ja, einfach für so tägliche Geschichten, wie ich es eben schon mal gesagt habe, Obst schneiden, solche Sachen. Genau, kleines Messerchen, immer mit am Mann. Dann in der rechten Vordertasche ist ein Cardholder oder ein Kartenhalter, ein Portemonnaie-Ersatz. Ich mag es sehr, sehr lightweight. Also ich habe mein Kleingeld, genau wie Julius im letzten Video auch schon gezeigt hat, immer lose in meiner Hosentasche. Und hier sind nur meine EC-Karten und Scheine drin. Kann ich jedem nur empfehlen. Auch von einem super netten Dude aus Polen, handgemacht. Ursa Leather Goods. Schaut mal rein, wenn ihr so ein Teil haben wollt. Ja, und dann kommen wir auch schon in den Tool-Bereich. Und zwar habe ich hier so einen kleinen Organizer. Auch den habe ich selber gemacht. Und da haben wir einmal den Fischer Space Pen, womit ich in mein Notizbuch schreibe, auch aus Messing. Ich mag einfach, wenn die Sachen anfangen, natürlich zu altern. Patina nennt man das. Und das andere ist eine Pry Bar. Auch hier also ein Flaschenöffner. Und vorne mit so einer Spitze kann man als großen Schraubenzieher benutzen. Ich benutze es eigentlich primär, um tatsächlich Flaschen aufzumachen und die Spitze, um die Platten, die Stativplatten von der Kamera unten abzuschrauben. Dadurch, dass ich tagtäglich mit der Kamera arbeite. Und bevor ich es vergesse, das hier ist der Chunky Jimmy, so heißt das Teil. Und bekommt ihr auch über den Instagram-Account von Jimping72Mods. Die Teile gibt es auch in Bronze und Messing. Das hier ist jetzt aus Stahl, grundsolide. Wahnsinn. Schaut einfach mal rein. Ja, dann habe ich auch noch in meiner linken Tasche ein Victorinox Tinker mit meinem Instagram-Logo drauf. Wieder von einem Freund und zwar der gleiche, der auch die Key Organizer macht von Werktrieb. Und der hat mein Logo da reingefräst. Ist auch eine Messingschale für einen Tinker mit einem Clip. Sonst war ich eher der Classic-SD- oder Kadett-Mensch, weil die halt, wenn du sie in die Tasche schmeißt, gut verschwinden. Dadurch, dass das Ding einen Clip hat, durfte es ruhig der klassische Tinker sein. Also ein bisschen größer, ein bisschen schwerer. Aber mit einem Clip an der Hosentasche lässt das Ding sich super tragen. Und mit dem Logo drauf natürlich was ganz Besonderes für mich. Und deswegen, seit ich das Teil habe, täglich am Mann. Ja, und jetzt zu dem Kernstück des Ganzen meiner Taschenlampe. Und zwar ist das die i5T EOS von Olight, selbstverständlich. Auch schon gut per Tina. Die wird jeden Tag hart genutzt. Wenn Sachen im Auto runterfallen, wenn man im Keller irgendwelche Sachen sucht oder primär seit die Kinder auf der Welt sind. Vorher hatte ich eine i3T, ganz normal in schwarz. Ist ein bisschen kleiner, deutlich leichter, weil das hier halt die Kupfervariante ist von der i5T. Aber hier habe ich im Notfall mit der zweiten Stufe nochmal deutlich mehr Output. Und die kleine Stufe nutze ich am liebsten, wenn ich nachts durch die Wohnung schleiche und die Kinder nicht wecken will durch Licht. Oder durch Geräusche, wenn ich über Playmobil oder ähnliches stolper. Super praktisch. Kommt nach meinem Handy und meinem Messer sogar am häufigsten zum Einsatz von allen Sachen, die ich euch bis jetzt gezeigt habe. Olight 1, ich sage immer 1, Olight i5T EOS in Kupfer. Meine absolute Lieblingslampe. Schöne Patina drauf. Passt perfekt zu mir und zu meinen restlichen Sachen. Ja, und das war mein Tascheninhalt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu irgendwelchen Sachen, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich werde mir das auf jeden Fall durchlesen. Nochmal ganz, ganz vielen Dank an Olight Deutschland und speziell an Julius. Dass ihr mich eingeladen habt, Teil davon zu sein. Ich hoffe, ich habe das Video einigermaßen gut gemacht. Und wünsche euch einen schönen Resttag. Und packt euch die Taschen gut voll. Macht's gut. Ciao. So Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Allgemein muss ich sagen, das Format macht mir richtig Bock. Besonders, wenn ich dann sehe, was sich der eine oder andere für eine Mühe gibt. Also Marcel, Hut ab. Hast du gut gefilmt. Das EDC gefällt mir sehr gut. Ich denke, da stimmen mir die Zuschauer auch zu. Dementsprechend lasst einen Like da. Nicht nur auf dem Video, sondern auch bei Marcel auf dem Instagram-Kanal. Verlinke ich euch alles und blende es euch natürlich auch ein. Ich freue mich natürlich auf Instagram, auch auf einen Follower von euch. Und der Miro auf Facebook natürlich auch. Finde ich cool. Die Community wächst langsam und es gibt viele Einsendungen. An der Stelle freue ich mich natürlich, wenn ihr weiterhin einsendet und ich das hier präsentieren darf. Gut, jetzt gibt es noch eine i5T zu gewinnen. Einfach unten kommentieren, wenn ihr Lust habt. Liken, abonnieren, Glocke aktivieren, auch wenn ihr Bock habt. Und verlose ich dann. Teilnahmebedingungen auch unten in der Beschreibung. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Ciao.